Wir spielen zu der Nation 6, wir spielen auf Gottheit, wir spielen mit den Zombies, wir spielen mit unseren maritimen Fähigkeiten noch gar nicht. Wir gründen zwar eine Stadt nach der anderen, aber alle leider an Land. Läuft da irgendwas falsch? Vielleicht habe ich die falschen Berater, Matsumannix. Hallo zusammen und viele Grüße und naja, wir wollen jetzt ja mehr an den Küsten siedeln tatsächlich. Nachdem wir uns auf dem Land abgesteckt haben, wo die Grenzen hier auf dem Kontinent verlaufen, geht es jetzt darum, die Küsten weiter im Beschlag zu nehmen. So, ein Bogenschütze hier auf einer strategisch guten Position. Ein Krieger, der hier bitte ein Näckerchen macht. Der geht auf Erkundung. Kriegen wir hier die Weltumseglung hin, Leute. Das könnte nicht sein, wenn man eine hohe Sicht ist, könnte es sein, dass wir gleich Zeitalterpunkte bekommen. Wie viele haben wir? Wir haben 32. Das ist ganz gut. Und eine Ziffer haben wir noch nicht kennengelernt. Und hier? Abhauen. Können wir abhauen? Ne, die ist flinker. Wir können ja nicht mehr abhauen. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Danach kommt aber noch einer. Zwei kriegen wir nicht. Ich glaube, wir müssen abhauen. Vier Bewegungspunkte. Wir haben drei. Mensch, man hat's mal nichts. Was machen wir? Also hier kann es immer nur einer angreifen eigentlich. Wir können ja auch nachher mit den XP uns einmal verbessern. Das wird eine knappe Geschichte. Eine große Erschwemmung hier vorne. Eine Runde weiter. Gibt es da die Möglichkeit, Zombies selbst zu steuern? Das ist leider recht. Richtige Antwort, Matze, mal nichts. Wurde heißen ja, oder? Ja, das geht. Wenn die Zombies zum Beispiel bei uns im Stadtgebiet sind und wir dann entsprechende Projekte durchführen, dann können wir die Kontrolle übernehmen und mit den Zombies selbst für die Gegend ziehen. Falls bei uns Zombies im Chat auftauchen, da gibt es auch eventuell Möglichkeiten, die zu steuern. Oder? Oder nicht? Können wir Zombies im Chat steuern, Matze, mal nichts. Ich denke schon. Dafür gibt es einen eigenen Befehl bei Twitch. Den muss ich nur eingeben und dann kann ich für zwei Runden immerhin die Zombies im Chat auch entsprechend steuern und möglicherweise zu anderen Streamern schicken. So, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich sterben und das ganze Risiko war vergebens hier. Schade. Es ist sehr verlockend, hier eine Bananenressource anzuschließen, aber wir machen es eventuell nicht. Denn wir wollen ja sechs Bauernhöfe brauchen wir, damit wir bei der Technologie den Boost bekommen für beim Ausrichtungsbau und den Boost bekommen für den Vodalismus und damit der Handwerker mehr Bauaktionen bekommen. Sechs Bauernhöfe. Einer haben wir gebaut, fünf müssen wir noch bauen. Das ist bei einer Bananenressource, wäre es eine Plantage. Einer ist hier links gebaut, einer, zwei, vier. Ja, wir brauchen noch vier. Vier Bauernhöfen noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Lieber hier. Eins, zwei, drei. Und dann boosten die ich sogar ein bisschen. Einmal hier hin. Es sei denn, der nächste Händler, pardon, der nächste Handwerker, den wir uns holen, würde ganz viele coole Bauernhoffelder entdecken. Bei seiner Stadt. Wenn wir hier einen zum Beispiel gleich noch kaufen. Einer und zwei. Das könnte man auch machen. Das geht auf jeden Fall nicht mehr. Die wären zu dicht nebeneinander. Wir haben noch keine einzige Stadtmauer gebaut. Der erste Siedler, den wir runterschicken können. Ah, doch, hier kommt man durch. Nicht mehr so zerrein den Hunza. Oh gut, das ist bitter. Da verlieren wir sofort Gold. Und nicht zu knapp. Das ist doof. Die nächsten neuen Gesandten kommen bei... In der nächsten Runde. Katastrophaler Vulkanausbruch hier unten. Erschüttert das Reich der Maori. Oh, und guck mal, die Hauptstadt von den Maori, die ist belagert. Oh lala. Ob das Zom... Ne, das ist nicht Zomis. Das ist der Krieg. Jetzt guck mal, wir sind mal wieder mit fast allen befreundet. Mit Ausnahme von Peter. Wir werden ja ganz oft gefragt. Vor allem auf YouTube. Etwas weniger auf Tisch. Das wäre das typische WB-Glück. Das an die KI nie überfällt. Aber das ist ein Glück. Das erarbeiten wir uns da hart mal zu mal. Nichts dadurch, dass wir bereit sind, bis zur völligen Selbstverachtung in die Allerwertesten unserer Mitspieler reinzukriechen. Ja, das machen wir. Wir handeln viel mit denen. Wir sind immer sehr freundlich beim Kennenlernen. Wir gucken uns ein bisschen die Agenda an. Wir geben uns gegenseitig offene Grenzen. Und das hilft teilweise schon sehr viel. Peter ist der Einzige, der mit uns noch nicht befreundet sein will. Und die Maori sind im Krieg mit Mansa Musa, den Mali und mit den Russen. Die kriegen gerade echt ein kleines Problem hier. Das sollten die Russen sein, die von rechts kommen. Das Belagertwerden ist böse. Es könnte auch eine Mischung sein von Zombies und Russen. Ist da ein Unterschied zwischen Russen und Zombies? Ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher spontan. Das war böse. Goldkäppchen philosophiert über das Thema Glauben und Gold. Was für ihn anscheinend das gleiche ist. Der geht rum. Haben wir uns verzockt. War ich zu optimistisch. Aus die Maus. Jetzt können wir wieder einen, einen, in Worten, einen Gesandten schicken. Haben die Wahl entweder in Mogadischu oder in Hunza. So zerrennt zu sein. Eins von beinem. Da Heureka für Rad. Das kriegen wir garantiert. Wir wollen nämlich eine Wassermühle bauen. Das Heureka fürs Bauwesen wiederum. Wo ist das denn hier? Baut eine, das ist die Wassermühle. Baut eine Wassermühle. Und fürs Rad ist, baut eine Ressource ab. Das schaffen wir nicht. Ja, haben wir eh in einer Runde erforscht, damit wir dann auch die Quest verfallen. Das heißt, wir könnten in Hunza, den vierten Gesandten, noch bekommen. Und Usareka in Mogadischu nicht. Das ist die Frage natürlich, was ist für uns besser? Defensiv gedacht wäre der Bonus in Mogadischu besser. Weil wir schicken jetzt ganz viele Einheiten übers Wasser. Wenn die immun sind gegen Barbarenschiffe, die wir überhaupt nicht bewachen können. Das wäre schon sehr cool. Das andere wäre die offensive Variante. Dann sagen wir, wird schon irgendwie gut gehen. Ist doch egal. Wird schon gut gehen. Unsere Händler greift schon niemand an. Hauptsache, die geben mehr Geld, wenn sie es überleben. Das ist die Variante Hunza. Ich bin potenziell eher für die Variante Mogadischu. Dazu mal nichts. Tatsächlich, das finde ich spannend. Ich bin potenziell eher für die Variante Hunza. Weil ich sage, mit dem viel mehr Geld, was wir jetzt verdienen, könnten wir es uns dann auch leisten, im Zweifelsfall einen Händler nachzukaufen, wenn er doch mal geplündert wird. Und wir werden ja auch auf absehbare Zeit wieder mehr Marina haben, um unsere Handelswege abzusichern. Wie groß ist der Unterschied denn? Wir hatten eben einen Handelsweg, der hatte 19 oder 20 Gold gebracht, glaube ich. Jetzt bringen die nur noch 18. Das heißt, wir haben 2 Gold, verlieren wir pro Handelsweg anscheinend im Moment. Ja, beim ersten, da waren wir irgendwie bei 33 Gold. Also da haben wir fast die Hälfte verloren. 33? Ja. Autsch. Aber hier unten war 26, ne? Das war auch irgendwie 26, 27, irgendwas in dem Bereich. Ja, damit kriegst du nicht. Das ist ein extremer Unterschied. Einmal auf Hunza, bitte. Okay. Und weiterziehen. Das ist Schwemmland. Ich würde eher auf dem normalen Bauernhof. Da verlieren wir zwar etwas Nahrung durch die Nachbarschaftsboni, trotzdem gehe ich lieber da oben hin. Das ist der Bauernhof Nummer 4, weil das kann nicht durch eine Überschwemmung zerstört werden. Da brauchen wir noch 2 Bauernhöfe. Nächster Händler in einer Runde. Auch von Siedlern, Kauf von Siedlern 640. Wir sollten uns eine Sache überlegen, ob wir nicht vielleicht die Plätze hier, wo wir Städte platzieren im Norden, sind die relativ sicher. Die kann man uns nicht so leicht wegschnappen. Wir sollten uns vielleicht überlegen, ob wir das so timen, zumindest mit den letzten Städten, die grenzfern sind, dass die alle dann zeitgleich fertig werden. Also nicht die Siedler, sondern der Bau der Städte, wenn wir einen Regierungsplatz mit Adelnhalle fertig haben. Nachdem wir den Vodalismus erforscht haben. Sind der Sache Vodalismus erforschen, Handwerker geben, haben plus 2 Aktionen. Also statt 3 Ladungen 5. Das ist mit Vodalismus, der kommt bald. Schritt danach, Regierungsplatz und dann Adelnhalle bauen, würde bedeuten, dass in allen Städten, wo ein Regierungsplatz gebaut wird, automatisch unter einer Adelnhalle draufgesetzt wird, überall ein Handwerker sofort nahe ist. Das wäre eine Überlegung wert, Matze. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was mir da, das liegt gerade durch den Kopf, bei geht, ist, ob wir damit rechtzeitig fertig werden. Der Regierungsplatz selber dauert nur drei Runden. Das weiß ich. Aber das Gebäude ist teurer, Matze. Das ist teurer. Und wir hatten uns überlegt, auch den Regierungsplatz nicht in Lissabull zu bauen, sondern in unserer zweiten Stadt. Ich glaube, dort können wir momentan noch keinen zweiten Bezirk bauen, weil wir noch nicht vier Einwohner haben. Und ja, also ich würde, das wird dann vielleicht schon noch so 15 Runden vielleicht insgesamt dauern, vielleicht auch 20 Runden. Und ob wir so lange mit dem Gründen der Städte warten wollen, hat es mir nicht. Also wenn wir den wirklich auf jeden Fall hier gründen, und wir wollen ja die Campus-Distrikte und die anderen pushen, auch das Industriegebiet, dann kann man nicht darauf warten. Auch wenn wir im Augenblick kaum Modernisierung gebaut haben, dann ist der Plan obsolet. Dann nutzen wir lieber, dass wir im Augenblick die coolen Widmungsboni haben, dass wir so billig Handwerker kaufen können. Plan zu den Akten gelegt. Portugal. Wir, wir Portugiesen, vollenden die erste Weltumsegelung in der Geschichte. Fünf. Fünf Zeitalterpunkte für uns. Für uns Portugiesen. Leute, wer ist der größte Entdecker weit und breit? Die Portugiesen sind es. Plus fünf. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und ich dachte immer, die Welt wäre eine Scheibe gewesen. Und irgendwie willst du mir jetzt das Gegenteil sagen, dass man da einfach drum herumfahren kann. Ja, du bist da einfach, ich weiß, das ist ein absurder Gedanke von mir, aber ich bin halt ein Querdenker. Ich denke, man kann quer die Welt auch einmal umrunden. Ich glaube, es ist möglich. Bist du kein Querdenker? Ich frage mich dabei gerade, ob wenn es möglich ist, die Welt zu umrunden, ob es auch möglich sein wird, irgendwann zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Dann wärst du kein Querdenker, dann wärst du ein Vertikaldenker. Ja, ne? Das ist ja auch spannend. So, offene Grenzen für zwei, ja, machen wir. Zwei Gold für offene Grenzen beidseitig ist cool. Danke. Gerne. Cooper. Best Buddy. Weißt du, was mich zutiefst mit einem leisen, aber erfinde nicht das Rad neu. Richte es einfach neu aus. Weißt du, was mich mit einem leisen, aber zutiefst satten und nachhaltigen Gefühl von Zufriedenheit, fast schon mit Glück erfüllt, bei diesem Let's Play, dass ich mit eines mit Gewissheit weiß, Matze, wir werden nicht mehr als letzter Fraktion dem Blumenkran-Scheu-Saal begegnen können. Ja, das ist doch großartig, oder? Den, der Ellie, da, dass die diesmal nicht dabei ist, das beruhigt mich auch sehr. Einmal ein Let's Play ohne das Blumenkran-Scheu-Saal. Ach, Zucker. So, jetzt können wir Wassermühlen bauen. Und nächster Schritt ist jetzt. Reiterei und dann die Industriegebiete oder die Maschinen und die Armbrohschützen. Die werden teuer, die können wir uns dann allerdings bald auch leisten. Den Bonus für die Armbrohschützen können wir uns den Zombies ganz gut in den Weg stellen. Falls die kommen. Oder Industriegebiete erstmal bauen, bauen, bauen. Matze. Ich bin gerade am Überlegen, also Bauwesen finde ich auch noch spannend und ich finde auch astronomische Navigation spannend, damit wir endlich mal Häfen bauen können. Irgendwie bin ich gerade etwas überfordert, sage ich will alles haben und zwar alles jetzt gleichzeitig bitte und nicht erst eins nach dem nächsten. Also wir haben zwei Stadtstaaten im Augenblick. Du willst die Häfen bauen wegen des Widmungsbonus, den wir im Augenblick haben, durch die der Nachbarschaftsbonus von Hafenbezirken auf Wissenschaft bringt. Vermutlich haben wir noch 32 Runden lang diesen Widmungsbonus. Vielleicht sind es 33, vielleicht 34. Wenn wir die Häfen jetzt bauen und dann müssen die noch gebaut werden. Das sind nicht viele Runden, wo wir den Bonus überhaupt noch nutzen können, Matze. Deshalb würde ich jetzt... Das stimmt. Für den Widmungsbonus wird das wahrscheinlich zu spät kommen. Trotzdem finde ich für uns als Seefahrernation, als Portugiesen, Hafen zu bauen. Ich glaube, wir haben inzwischen auch schon die entsprechende Politikkarte freigeschaltet, mit der das schneller geht. Ich glaube, 30 Prozent waren das. Die militärische Karte fände ich attraktiv, muss ich ehrlicherweise zugeben. Was fehlt uns denn eigentlich, damit wir auf das Bauwesen gehen können? Sehe ich das richtig, dass das Reiterei ist? Die Reiterei ebenfalls. Es heißt, Reiterei können wir auf jeden Fall und dann überlegen, wie es weitergeht. Wir können nachher mit dieser Flut von Handwerkern, die weiter bauen werden, auch die Sägewerke nutzen, um viele Sägewerke zu setzen und dadurch Produktion zu generieren, um dann die Maschinen und die Industriegebiete freizuschalten und um die dann jeweils schneller bauen zu können. Ja, die einzige Frage, die ich jetzt noch hätte, würden wir zeitnah jetzt auch eine Weide bauen können mit einem unserer Handwerker, der jetzt... Ja, hier vorne. Und zwar in Schlaraffenland. Da kaufen wir... Können wir auch jetzt eventuell schon. Einmal kaufen, bitte. Wir wollten ja eigentlich Händler kaufen, aber wir müssen ja die... Es geht ja Richtung Feudalismus. Vier Runden noch hier und dann... Ah, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt hier einen Händler uns holen, der macht dann die Reiterei schneller. Das sind nur zwei Runden. Handwerker kaufen 170. Eine Weide hier in einem Bauernhof. Der ist jetzt gekauft. Dann haben wir dann noch einen weiteren Bauernhof und dann haben wir die sechs Bauernhöfe fertig. Und falls uns hier ein Bauernhof drauf geht und repariert werden oder neu gebaut werden müsste, parken wir den erstmal hier drin in Obstschale. Den parken wir in einer Obstschale, Leute. Keine heiligen Städten. Keine Religion, keine einzige heiligen Städte. Händler da. Wieder die Überlegung, erstmal in Geld gehen oder die Straßenverbindung Schlaraffenland rüber. Ich würde erstmal in Geld gehen. Auf Wachstum setzen. Und die Siedler und Handwerker können wir dann vor Ort kaufen. Ja, finde ich genauso. Wollen wir uns einmal in der Handelswegeübersicht angucken, wie viel denn der Händler bringen würde von unserer neu gegründeten Stadt im Osten. Ob wir damit dann zur Engländerin fahren können. Also hier wird er uns geben 1924 bis nach Mogadischu. Das ist cool. Und dann hoffen wir mal, dass uns das angezeigt wird von Schlaraffenland aus. Nichts. Kann sein, dass das nicht reicht. Wir haben, hier ist der Fuck of War noch da. Guck mal. Das sagt mir das nicht. Ah, es ist genau ein Feld versperrt, dass wir da nicht weiterkommen können. Ah, zwei sogar. Wasserwasser machen. Wir schicken in Handwerker. Ach, wir können. Wir können doch nicht scouten. Doch, wir können mit ihm ins Wasser und scouten. Wir ziehen mit ihm mal zurück. Er kommt nicht rüber hier, ne? Ne. 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 Wir gehen mit dem Handwerker ins Wasser und gucken uns das mit ihm an. Das mit ihm hier, jetzt ziehen wir erst mal nur rüber Richtung Mogadischo. Mogadischo ist hier unten. Ja? Ja. 24 Gold mehr finde ich sehr cool. 95 Gold jede Runde. Fünf Runden Kornspeicher, zwei Runden Monument, 17 Runden Monument. Hier der zweite Bürger mittlerweile. Die Einheit kann nicht wassern. Stimmt. Richtiger Hinweis. Wir können mit dem Bogen Schützen noch nicht wassern. Wir können allerdings oben lang und zu Fuß dahin. Das sollte auch gehen. Aber trotzdem richtiger Hinweis. Zweiter Bürger hier in Victoria's Secret mittlerweile drin. Das ist okay. Und Obstschale in zwei Runden der nächste Bürger. Eins weiter. Hier findet Krieg statt. Hier werden wir missioniert. ein bisschen aufpassen, dass sie uns keinen Religionssieg reinpfeifen. Der einzige Vorteil für uns ist, dass es relativ viele Zivilisationen gibt, dass wir auf einer Standardkarte spielen und nicht wie zuletzt auf einer kleinen. Das heißt, so schnell ist der Religionssieg nicht erreicht. Eine Flut. Wir können auch mit dem Handwerker schnell scouten gehen. Der darf nur nicht rauf gehen. Er braucht wie lange zum scouten? Ach, das geht auch mit dem. Eventuell reicht es ja schon, wenn er auf dem Feld steht. Von dem Feld aus könnte er eventuell bis dahin sehen. Das könnte klappen. Wir haben eine Dreiersicht. Einmal Weide, bitte. Und noch, pardon, einen Bauernhof. Es war noch einen weiteren Bauernhof und dann mal einen Eureka. wieder ein Runde. Kaukiat mit Kupafrieden. Okay, Flussüberschwemmung, alles klar. Geld ist da. 232 Gold. Der nächste Siedler kostet 640. Bei 95 Gold jede Runde, das ist echt cool. Eine Runde weiter. Weiding Bull Kalauert Apokalypse now vor sich hin. Ja, Weiding Bull akzeptiere ich gerne. Also nicht als Namensvorschlag, sondern als Kalauer-Alarm-Trigger. Hast du geschafft. Wir bekommen einfache Geschenke aus Indigo-Stoft. Kinkaliber-Tee. 100 Träger, die Säcke voller Goldstaub transportieren. Und trotzdem sind es wahrscheinlich nur ein bisschen an Gold, an Münzen. Man liebt uns. Heiß und innig. Kauf Händler. Das ist richtig. Wir wollen ja erst mal gucken hier unten. Das ist mit den Engländern. Dass sich bei uns keiner beschwert hat, mal zumal nichts da, wo wir Obstschale hingesetzt haben. Das ist echt erstaunlich. Uns lieben halt alle, die sagen, ach komm, ist doch toll, wenn wir nehmen die Siedeln. Offensichtlich, ja, mag die KI das. Aber warum sie uns keine Warnung geschickt haben, weiß ich auch nicht. Oder sie haben alles an Gunst ausgegeben beim letzten Weltkongress und hatten nichts mehr übrig. So, wie Curious Secret steht. Ich würde gerne so eine Stadtmauer mal bauen. Wobei wir wissen, wir wollen ja eigentlich die Zombies-Offensive weghalten. Die sollen uns erst gar nicht angreifen, weil die ja die Möglichkeit haben, Brüder von uns zu infizieren, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn wir zulassen, dass die unsere Stadt angreifen. Stadtmauer hin oder her. Wir haben auch nicht die Stadtmauer-Karte drin. Ich würde sagen, die Stadtmauer, die ziehen wir demnächst mit der Stadtmauer-Karte, wenn wir alle Städte fertig haben, einmal in wenigen Runden durch. Ich könnte mir vorstellen, auf Kornspeicher zu gehen. Wassermühle geht hier auch. Wassermühle geht hier auch. Zwei Reis-Ressourcen-Felder. Die geben dann in Summe, wenn die modernisiert sind, mit der Wassermühle zusammen drei Nahrungen, eine Produktion. Oder natürlich wieder Handelszentrum. Also ich würde auf jeden Fall den Bezirk schon mal platzieren, wenn es geht. Lass uns mal gucken. Handelszentrum am Fluss sollte ja machbar sein. Wie sieht das Thema Staudämme hier aus? Welcher Fluss ist das? Ist das der Fluss, der bis hier oben hinführt? Das ist der Fluss Rio Mau, oder? Das ist alles der hier. Ist das der gleiche hier? Derselbe, pardon. Das ist der Fluss Mondego. Teilweise ist es ja so, dass Flüsse, die sehr lang sind, sogar unterteilt sind in verschiedene Stadtnamen. Äh, Flussnamen. Alles der Fluss Mondego hier. Hm. Dann ist das hier der Rio Maule. Das hier oben ist der Mondego. Okay. Das heißt, wenn wir hier einen Staudamm setzen, dann deckt der beide Flüsse ab, Matsumalix. Den Rio Maule und den Mondego und kann auch nur einmal gebaut werden. Das ist das Staudamm-Symbol. Das heißt, der hier wäre auch durch den Staudamm geschützt. Wir könnten aber auch keinen Staudamm hier mehr bauen. Das finde ich nicht schlimm. Das könnten wir machen. Zwei Flüsse geschützt, alles gut. Unterhaltungskomplex fragt North Bowman. Einen zentralen. Wir haben noch gar keine Unterhaltungskomplexe geplant, ne? Nee, haben wir noch nicht geplant. Wir wollten ja auch noch so eine Stadt in die Mitte da setzen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist wohl eine sehr zentrale Stadt südlich dann von Hoffnungsberg, dass dort bestimmt irgendwo ein Unterhaltungskomplex hinkommen wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn wir hier mal eine Testweise hinsetzen. Der boostet mit seinen Gebäuden sechs Felderweite die Stadtzentren. Schlafenland ist erreicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Victoria's Secret auch. Hoffnungsberg ebenfalls. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben nicht. Obststeile. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee. Wir müssen uns entscheiden. Lassen wir den hier hinsetzen. Dann sind die drei hier versorgt. Dann bräuchten wir noch einen weiteren. Den wir in den Norden hinsetzen. Entschuldigt bitte. In den Norden hinsetzen, um die hier oben alle zu versorgen. Der könnte stehen, wo? Hier links, hier oben haben wir gar keinen Stadtbezirk, gar keinen Stadtort hingesetzt. Das sollten wir auch noch machen. Das ist mal ganz verabsäumt. Das ist natürlich sehr eng. Aber wir könnten hier mehrere Bezirke setzen dann. Hm. Gut. Dann steht er da. Also gute Bezirke besetzen an Gebirgen, Campusdistrikte und so. Also die fünf müssen wir verbinden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier müsste ein Schaltungsdistrikt sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das reicht nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das klappt nicht. Wenn wir hier unten, da wo der Handelsdistrikt steht, eins, zwei, drei, vier, ja, das klappt. Wir müssten den hier opfern. Da wo gerade ein Handelszentrum markiert ist. Dein Unterhaltungsdistrikt, das klappt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist der einzige. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der einzige. Der bin hier. Der fünfer Nachbarschaftsbonus für das Handelszentrum. Mach zu mal nix. Der würde als Unterhaltungsdistrikt als zweiter funktionieren. Das findest du uncool, ne? Bin ich nicht begeistert von. Also tatsächlich, so gut wie ich das auch finde, wenn man zentrale Unterhaltungskomplexe hat, so ein fünfer Nachbarschaftsbonus und dann auch neben einem Regierungsplatz dann Unterhaltungskomplex zu bauen, der mir nichts bringt. Ein Unterhaltungskomplex fungiert sehr gut im Zusammenhang mit einem Theaterplatz, weil der einen Nachbarschaftsbonus, einen großen Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatz gibt. Den können wir dann dort auch nicht hinsetzen. Da bin ich dann eher geneigt, sozusagen, okay, dann lass uns da zwei verschiedene Unterhaltungskomplexe bauen. Zum Beispiel haben wir ja für Lissabon noch gar nicht so viele Bezirke eingeplant, dass wir dann da einen von bauen und dann auch einen weiter im Osten dann zum Beispiel. Naja, mein zweiter Unterhaltungskomplex heißt ja, dass wir zwei ausbauen müssen, um die ganzen Boni abzugreifen, die die geben. Also ich bin mir nicht sicher, ob der komplette Ausbau von zwei statt von einem Unterhaltungskomplex ins Meer bringt, also sagen, als dieser eine super coole Handelsdistrikt, der da entsteht. Also was wir natürlich dann stattdessen auch uns überlegen können, momentan haben wir ja nicht so, dass Annehmlichkeiten ein Problem ist, dass wir mit Wasserparks dann arbeiten. Hier haben wir dann eine neuner Reichweite und dass wir dann die Städte im Norden dann eher über die Wasserparks abdecken. Ich bin tatsächlich, ich finde das sehr spekulativ. Also beim Thema Annehmlichkeiten, man weiß nie, ob man am Ende einer Partie viele oder mäßig viele Annehmlichkeiten hat, weil das hängt so ein bisschen von Partieentwicklung ab, die wir im Augenblick nicht sehen können. Wir wissen nicht, welche Stadtstaaten sind noch da, die wir noch nicht aufgedeckt haben, kleinen Teil der Karte aufgedeckt. Helfen die uns beim Thema Annehmlichkeiten? Wo können wir einen sozialen Bonus durchziehen und Annehmlichkeiten Boni abgreifen? Wasserparks funktioniert, wurde im Chat angesprochen, geht immer nur Stadt eines Unterhaltungsdistrikts, aber Wasserparks können ja auch, das ist kein Argument, dass man sagt, Wasserparks Stadtunterhaltungsdistrikten, weil es kann sein, dass man die braucht, die Wasserparks, trotzdem noch, je nachdem, wie es so aussieht. Die Städte sind so platziert, vor allem arbeiten wir im Norden auch mit vielen Schutzgebieten, dass da sehr viele Bürgerzahlen sein werden. Hohe Bürgerzahlen bedeuten hohe Nachfrage nach Annehmlichkeiten. Also jetzt schon zu sagen, wir brauchen, zu sagen, wegen diesem einen Handelszentrum, zu sagen, wir bauen zwei Unterhaltungskomplexe auf, ich weiß nicht. Man kann Luxusressourcen kaufen, kann man sagen, Hinweis kommt im Chat, auch weil wir uns mit fast allen ja sehr gut stehen. Das heißt, wir können sagen, Handelsressourcen da super gut, produzieren wir mit dem Handelsdistrikt, was weiß ich, haufenweise Gold dort und verdoppeln das dann mit der entsprechenden Kartenliebe mutmaßlich auch haben werden und kaufen damit, machen damit Luxusressourcenverträge, weil wir uns ja mit allen gut stehen. Das kann man machen. Dann, aber, dann würde man zwei Unterhaltungsdistrikte nicht bauen. was ich, es gibt noch ein Argument, Matsumannix. Die Anzahl der Unterhaltungs-, der Anzahl der Distrikte in Hoffnungsberg, wir haben ja sehr viele Felder eingezeichnet, wir wollen ganz viele Bezirke hier bauen. Wir sollten uns eigentlich froh sein, um jeden Bezirk, den wir nicht in Hoffnungsberg bauen müssen, weil die Stadt übervoll wird mit den Bezirken. Die Grünen, die zählen zwar nicht mit als Spezialbezirke, die gehen nicht aufs Limit, aber der Regierungsbezirk, glaube ich, ja schon. Der Regierungsplatz schon, der Unterhaltungskomplex genauso. Also vier haben wir gerade eingezeichnet. Wobei das Industriegebiet vielleicht auch von der Stadt im Süden gebaut werden kann. Das ist ja da im dritten Ring. Also tatsächlich ist es ja so, dass die Ausbaustufe mit dem Unterhaltungskomplex, sodass dann die Gebäude auch in den anderen Städten Annehmlichkeiten geben, die wird gleichzeitig freigeschaltet mit den Wasserparks. Das heißt, vorher brauchen wir eigentlich so einen zentralen Unterhaltungskomplex nicht, weil dann nur ausschließlich diese eine Stadt davon profitieren wird. Und ich glaube, mit den Wasserparks, wenn wir in Lissabon einen Wasserpark bauen oder an den anderen Städten, können wir damit genauso gut die anderen Städte boosten. Und wenn wir erstmal auch so weit in der Partie sind, dann ist es auch nicht mehr weit, bis wir dann Skiresource bauen können. Wir haben dort viele Berge, wo wir dann die Skiorte bauen können. Wir können dann mit Nationalparks noch gegebenenfalls arbeiten in der Stadt, die wir dort im Norden gründen wollen. Also ich sehe momentan noch nicht, vielleicht irre ich mich da auch, dass wir ganz, ganz große Annehmlichkeitsprobleme bekommen werden, zumal ja unser Lieblings Stadtstart, den haben wir ja schon entdeckt, Kahokia. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das ignorieren werden, dass wir keine Kahokia-Hügel bauen werden. Am Ende der Partie werden wir wahrscheinlich eh keine großen Probleme haben, weil wir haben viele Berge. Mit Bergen bedeutet auch viele Skiorte. Chat war es schon drauf hin. Wir müssen, eins ist klar, wir haben ein Unterhaltungsdistrikt hier unten, der ist schon mal platziert, das hier oben, wir haben uns einmal durchdiskutiert, gibt diese beiden Möglichkeiten, da gibt es jetzt keine, kein wahr und kein falsch, wir haben uns einmal durchdiskutiert. Wir wollen hier noch einen weiteren, eben wurde im Chat gefragt, ob das Schutzgebiet mitzählt, als Spezialgebiet aus Bezirkslimit, Ja, Matze, zählt mit, zählt als Spezialdistrikt. Victoria's Secret, ein Handelszentrum, hier hinsetzen, wäre glaube ich der nächste Schritt. Was man alternativ machen könnte, eine Reisressource vernichten, hier konnte man im dritten Ring den Campusdistrikt hinsetzen, der zwei Nachbarschaftsbonus hat, zweimal Dschungel, einmal Wald, aber das ist so weit weg im Augenblick, da müssen wir im Augenblick noch nicht daran denken. Eine Tieve ist hier auf den Wald zwischen Victoria's Secret und den beiden Bergen eins hinzusetzen. Ich würde gerne nach Möglichkeit die Bezirke nicht setzen auf den Schwemmländern, sondern auf den normalen Grasfeldern. Wir könnten zum Beispiel ein Verhaltungszentrum hier links, direkt links von Victoria's Secret hinsetzen. Das ist nämlich kein Schwemmland. Finde ich gut. Braut 28 Runden und Wasser, Kornspeicher wird in Kürze fällig, brauchen wir auf jeden Fall. Bevölkerungswachstum ist relativ hoch, weil es viel Nahrung gibt hier, auch mit dem Reis vorkommt, das heißt, wir brauchen hier schon mal gleich, ich würde auf den Kornspeicher als nächstes gehen und das Handelszentrum drin lassen. Wassermüde ginge auch wegen den beiden Ressourcen hier, den beiden Reisressourcen, aber wir machen erst mal so. Dann hatten wir hier einmal, ach so, wir wollten hier ziehen, hatten wir das schon gemacht, ja, dann hier oben wieder hin, dann bauen wir erst mal einmal rüber über den Fluss, dann hier hin, über die Brücke kann man umsonst und jetzt sollte ein Heureka kommen, Achtung, Inspiration für den Follalismus. Als nächstes ziehen wir jetzt rüber und bauen hier jetzt die Weide und dann bekommen wir auch das Heureka für die Reiterei. Das heißt, nächste Runde ist die Reiterei dann erforscht. Ich brauche nur eine Runde dann und mit dem können wir jetzt nächste Runde die Bananenplantage machen. Aber jetzt noch nicht, wir warten erst mal ab, ob nicht irgendein doch, können wir jetzt machen. Oder das Reisfeld, weiter im Süden, was wir ja schon bekommen haben. Oh ja, das geht auch. Eine Bananenplantage zu bauen, bringt zwei Gold mehr und die Reisressource hilft uns sehr beim Nahrungswachstum. Oh, ich würde die Bananenplantage machen, bis wir das Feld hier unten nutzen. Das nutzen wir immer jede Runde, das ist so cool hier. So, und es ist ein weiterer Händler. Mit ihm geht's rüber jetzt nach Wang Hanui. Ich dachte, da waren wir schon mal unterwegs. Oder wollten wir das? Ist die Handelsroute unterbrochen worden? Waren wir nicht schon mal da unterwegs, Mats Mannix? Es kann sein, dass der abgeschlossen wurde, der Handelsweg inzwischen. So schnell? Nie und nimmer. 29 Runden. Also die Stadt sieht ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen aus. Vielleicht ist die auch einmal zwischendurch im Krieg gefallen und wieder zurückerobert worden, sodass wir da einmal den Handelsweg verloren haben. Ach so. Da geht der Händler aber nicht drauf, dann starten wir nochmal. Interessante Überlegungen, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ich glaube, die gehörte doch vor. Wang Hanui ist doch eigentlich Maori gewesen, oder? Und hat sie jetzt mal da bloß erobert? Ja, genau. Und jetzt ist eine Mali-Stadt. Die Mali haben die gerade erobert. Gut, klasse Matze. Danke. Kazushi hat es gerade auch entdeckt und schreibt es. Oh Gott, wir haben schon wieder 40 Minuten gespielt. Ich habe schon wieder, es ist mir schon wieder heute Abend passiert. Ich gucke nicht nach links, ich gucke nach rechts, das Spiel zieht mich in den Bann. Schon wieder eine überlange Folge, die gerade entstanden ist. Ich muss ganz schnell abbrechen. Eigentlich soll es nur 30 Minuten sein. Auf YouTube geht es bald weiter, auf Twitch sofort.